Hallo zusammen, Salve, Tutti, Servus. Das ist jetzt ein Film mit einer längeren Prognose über den DAX. Ich habe mir lange überlegt, mache ich so einen Jahresausblick. Aber das lasse ich anderen. Das will ich gar nicht machen. Ich mache hier einen Ausblick für die nächsten drei Monate und ich werde dann auch im April und im Juli und irgendwann im Oktober werde ich dann weitere drei Monatsausblitte geben. Der Hintergrund ist einfach der, wir haben so viele Unbekannte in der DAX-Gleichung, dass ich mir das gar nicht zutraue, hier einen Jahresausblick zu geben. Da kann so viel passieren und das steht ja jetzt schon leider Gottes auf der Agenda. Fangen wir an mit den Zinsen. Ein Zinspeak, glaube ich, ja. Dass die Zinsen weiter erhöht werden, kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt ist mal für die FED gesprochen die Frage, wann fangen sie an zu senken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das in den ersten drei Monaten machen. Ich glaube auch nicht in den ersten sechs Monaten. Das wird erst danach so ein bisschen kommen. Ob es dann drei Senkungen werden, das werden wir sehen. Bei der EZB, also wenn die senken sollte, hielte ich das für falsch. Die hängt in allem hinterher. Deswegen glaube ich auch hier, dass da in den ersten drei bis sechs Monaten keine Senkung kommt. Ein Gleichbleiben vielleicht. Ich habe ein bisschen Bedenken mit den Inflationszahlen in Deutschland, so wenn die ab Februar veröffentlicht werden. Denn CO2-Abgabe, Energiekosten etc. Meiner Meinung nach wird die Inflation in Deutschland wieder steigen. Zumindest mal in den ersten sechs Monaten. Vor dem Hintergrund ist das ein Punkt, der es mir fast unmöglich macht, hier eine Jahresprognose zu geben. Wir haben weiterhin die geopolitischen Probleme und die werden ja nicht weniger. Ukraine, ganz klar. Dann, jetzt fängt Nordkorea an. Nicht gut, weil das kann ein Flächenbrand werden. Aber auch nicht zu verdenken ist die Geschichte Venezuela und Guyana mit dem Ölvorkommen, die in Guyana sind. Jetzt haben die Engländer schon das erste Kriegsschiff hingeschickt. Weiß ich, das kann alles ein bisschen ausatmen, gefällt mir überhaupt nicht. Wir haben die amerikanische Wahl, da gehe ich wahrscheinlich dann mit dem Film über den Dauer nochmal drauf ein. Ich bin nicht glücklich, dass sich ein Joe Biden da mit 81 Jahren dann nochmal zur Wahl stellt. Und ich habe mit ein paar amerikanischen Freunden gesprochen und habe gesagt, und wie seht ihr es? Ich sagte, ja, eigentlich wählen wir nicht den Präsidenten, wir wählen den Vizepräsidenten. Weil die alle davon ausgehen, dass der die Amtszeit gesundheitlich nicht übersteht. Tja, und wenn die Vizepräsidentin, danach sieht es aus, Kamala Harris ist, da tun sich einige Amerikaner sehr schwer mit. Im direkten Vergleich Trump gegen Biden und der Trump wird mit aller Gewalt es durchziehen. Und er ist jetzt auch schon 77. Glaube ich nicht, dass der Biden das gewinnt. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Und Trump wieder als Präsident, oh Mann, oh Mann, naja gut. Wir haben aber auch hier ein Regierungsproblem. Ich wage zu bezweifeln, dass die Regierung die Eier hat zu sagen, ey, läuft nicht gut, wir machen mal Neuwahlen. Das machen die nicht. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber irgendwie flaggert in mir das Licht auf, da kommt es mal zu so einem Misstrauensvotum. Und wenn die dann abgewählt werden, dann haben wir hier eine Neuwahl. Und wie die ausgeht, das kann ich mir momentan gar nicht vorstellen. Also Rücktritt machen die nicht, das glaube ich nicht. Auch wenn da momentan mehr und mehr Leute auf die Straße gehen. Wir haben jetzt jetzt auch hier in München und überall in Deutschland haben wir jetzt da Proteste von den Bauern. Und ich kann es verstehen. Aber dass sie zurücktreten, glaube ich nicht. Aber Misstrauensvotum, das halte ich für jederzeit sehr wahrscheinlich. Und dann wird spannend. Gut, also deswegen bin ich nicht bereit, hier einen Jahresausblick zu machen. Ich mache das alle drei Monate. Und ich habe mir auch überlegt, da müsst ihr mir mal schreiben, ob das in eurem Sinne wäre, dass ich das live mache. Und zwar hole ich mir dann bekannte Größen dazu. Ich kenne die, ich kann mit denen reden. Ich bin mit dem Jörg Scherer von HSBC auch schon am Sprechen, wie wir das machen können. Dass ich zum Beispiel mir dann am 1. April den Jörg Scherer dazu hole. Und wir machen das live. Wir machen erstmal so ein bisschen DAX und Dollar und so Zeugs. Und dann könnt ihr euch Aktien wünschen. Das Ganze dann anberaumt mal auf 90 Minuten. Dann sitzen wir nebeneinander und jeder darf mal einen Spruch loslassen. Dazu gehört der Martin Uttschneider. Das habe ich mit ihm noch nicht besprochen. Das werde ich aber auch bald machen. Und da gibt es noch zwei, drei andere, mit denen würde ich das sehr gerne machen. Mit dem Falk Elsner werde ich das definitiv machen. Ja, und da fehlt noch einer. Und da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Gut, das wird so zu. So, ich mache diese Analyse genauso, wie ich das gemacht habe für die Aktien, für diejenigen, die jetzt aus dem Urlaub zurückkommen. Ich habe 17 Analysen reingestellt auf YouTube unter Christian Schlegel für, ich glaube es waren 40 Aktien. Teilweise sind in einem Film zwei oder manchmal auch drei Werte drinne. Steht alles YouTube Christian Schlegel. Kurz, mittel, langfristig könnt ihr euch mal anschauen. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. So, jetzt gehen wir zum DAX und das ist der Monatschart. Zack. Ich gucke ganz gerne auf den Monatschart, weil ich nach dem Monatschart meine ganzen Sparpläne einrichte. Ich habe Sparpläne auf den DAX, auf den MDAX, auf Indien, aber auch auf Amerika und auch auf Nasdaq. Ich habe eigentlich für alles irgendwo Sparpläne. Und hier geht es um den DAX. Dann versuche ich immer, diese Sparpläne zu optimieren. Ich habe das im letzten Jahr gemacht. Vielleicht könnt ihr euch erinnern. Ich habe irgendwann im Mai gesagt, ich kaufe nichts dazu. Und dann ging es dann irgendwann am 26. Oktober, ich habe gesagt, jetzt kaufe ich die nicht einbezahlten Raten nach. Das war gut. Das war in Ordnung. Und deswegen, ich gehe das hier genauso an, wie ich das mit den Aktien gemacht habe. Und vor euch liegt der Monatschart. Vom Monat her, fangen wir mal hier unten an. Oszillator, Trendfolger, alles noch positiv. Wir haben wunderbar auf die 20-Monatslinie aufgesetzt. Und das gefiel mir seinerzeit recht gut. Das war nämlich Anfang Oktober. Und Ende Oktober habe ich dann gesagt, so hier, das war dann hier ungefähr. Ich habe gesagt, so jetzt gucke ich mal auf die Woche. Das machen wir gleich. Und wenn da ähnliche Signale sind, weil diese 20-Monatslinie, die hat Bewandtnis. Da muss man immer mal drauf schauen, wie die sich an dem hier zum Beispiel, wie die sich an dem Wert da verhält. Viele gucken da viel zu wenig drauf. Ich, insbesondere vor dem Hinterblick der Sparpläne, gucke da sehr gerne drauf. Wir haben also auf die 20-Monatslinie aufgesetzt. Das ist in Ordnung. Die Bänder geben mir überhaupt kein Signal. Nichts dergleichen. Aber von hier ist es weiter positiv. Und ich muss auf Monatssicht davon ausgehen, dass wir uns nochmal hier oben irgendwo 17-2, 17-3 hinbewegen. Das sagt mir der Monat. Jetzt gehe ich auf die Woche und jetzt nochmal hier drauf schauen. Das war also das Touchieren der 20-Monatslinie. Und das, wenn ich sowas sehe, gucke ich immer gerne auf die Woche, war exakt dieses Kaufsignal hier. Einmal und dann dieses lang, kurz, kurz, zweimal. Das heißt, ich habe hier ein Kaufsignal, hier ein Kaufsignal. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, bei 14.750, jetzt kaufe ich das, was ich hier nicht gekauft habe. Jetzt kaufe ich es nach. Ich gehe von der höheren Zeiteinheit, Monat, runter auf die Woche. Und dann kann man es natürlich noch optimieren über den Tag. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal Futures handele und so, da gehe ich natürlich nicht auf Monat und Woche und Tag, sondern gehe ich auf Tag, vier Stunden, eine Stunde und versuche diese Feinjustierung da zu machen. Das war innerhalb dieser Woche, war das schon recht erfolgreich, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht. Das war auf jeden Fall der Grund, warum ich dann bei 14.750, das ist hier, gesagt habe, so, ich kaufe jetzt die Dinger. Von der Woche her, diese Kerze ist falsch. Die gehört hier nicht hin. Nein, das ist angeblich der erste, erste, so eine Woche, die gehört hier nicht hin, aber ich habe es überprüft. Hat keinen nennenswerten Einfluss hier unten auf die Indikatoren. Von der Woche her sind wir relativ hoch. Wir haben dieses bei 17.003, irgendwas war das, das All-Time-High beim DAX, haben wir gesehen. Es sind auch viele, viele Scheine gestorben, vor allen Dingen nach dieser fetten Bewegung hier, die ich auch nicht gesehen habe. Nochmal, ich habe es bei 14.550, habe ich gesagt, naja, so viel weiter macht er nicht. Hat aber weiter gemacht. Wir sind über die Woche, werden wir hier leicht, werden wir hier, sagen wir mal, weicher über den Trendfolger. Ja, das ist dieser Seitwärtsphase hier geschuldet. Und wir stehen, haben es noch nicht, wir stehen vor einem Verkaufssignal über die Sochastik. Also gehe ich von hier aus, wir können noch, wir sehen es gleich über den Tag, wir können locker noch die 17.02 sehen. Das sehe ich nicht als Problem an. Aber ich glaube nicht, dass wir nennenswert drüber gehen. Ich rechne eher mit einem Abgleiten hier zur 20-Wochen-Linie. Da sind wir im Moment bei 15.845, aber ich gehe mal davon aus, das wird irgendwo so um die 16.000, werden wir die nochmal touchieren. So wie wir sie hier von unten nach oben touchiert haben und so weiter. Ja, ich gucke da gern drauf, mache das auch mal, insbesondere vor dem Hintergrund der Sparpläne. Für Trader ist das, was ich bisher gesagt habe, nicht so besonders interessant, weil es ist zu lange. Wir haben hier den Tag, ich habe gestern einen Film gemacht über den Tag und da ist halt auffallend, dass wir, jetzt muss ich mal schauen, dass wir von dieser langen Bewegung, ich hatte das gestern auch erwähnt, ist es oftmals so, dass der da nicht korrektiv runter geht, irgendwo hier zum 50er oder irgendwo sowas, sondern dass der sich seitwärts abbaut. Das macht er momentan. Ja, ich nehme die mal wieder raus, dass das schöner aussieht. Vom Tag her sind wir noch ein bisschen unentschlossen hier über das MACD, aber gelten schon als tief, aber nicht überverkauft, über die Stochastik. Super enge Bänder, ich sage es nochmal, 16.586 zu 16.856. Das ist nicht viel, das durchläuft ja in einer halben Stunde. Mir hilft es, auf die Bänder zu schauen und wir sind raus und wir sind wieder rein, nicht wirklich eklatant, nicht wirklich sehr deutlich, aber das war durchaus ein positives Signal. Als Summe dessen, was ich jetzt sage, ist, der Monat war noch positiv, die Woche steht kurz davor, negativ zu werden und der Tag ist kurzfristig bei mir noch nicht positiv, wird aber positiver. Ich räume dem Markt durchaus die Chance ein, dass wir nochmal hier so in den Bereich 17.2 gehen, nochmal hier hoch, weil auch das Sentiment fühlt sich nicht gut an, im Sinne von, hier sind mir zu viele Leute zu skeptisch. Ich kann es verstehen vor dem Hintergrund der eingangs gesagten Punkte wie Zinsen, Geopolitik, amerikanische Wahl und Regierung. Ich kann das durchaus verstehen. Ich werde hier oben nichts mehr kaufen. Ich werde auch keine, die Sparpläne werde ich in den ersten drei Monaten nicht ausführen. Ich habe es jetzt im Januar nicht gemacht. Ich werde es definitiv nicht im Februar machen und auch nicht im März, weil ich davon ausgehe, wie gesagt, dass wir nochmal hier so ein bisschen höher gehen, um erst dann nochmal Kontakt mit so einer 200-Tage-Linie oder mit einem 50er-Tracement unterhalb der 16.000 nochmal diesen Kontakt aufnehmen. Also ich rechne eigentlich eher von hier mit mehr Risiko als Potenzial. Das Potenzial erachte ich bei 17.2, das Risiko ist bei mir 15.9, 15.8 und dann kaufe ich keine Sparpläne, dann halte ich die zurück. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die günstiger bekommen werde. Jetzt habe ich überlegt, mache ich DAX und MDAX, aber ich mache die einzeln. Das ist aber mehr für mich, dass ich auch mal sehe, wie ist das Interesse am MDAX. Ich mag den MDAX sehr gerne, aber wenn ich jetzt sehe, beim DAX sind es was weiß ich, 5000 Klicks und beim MDAX nur 500, dann weiß ich, dass den MDAX nicht mehr darstellen muss als Film. Weil so einen Film zu machen, das dauert auch mal seine eine, eineinhalb Stunden. Also ein bisschen vorsichtig, ich, meine Strategie wird sein, dass ich so ab 17.000 mir Putz kaufen werde. K.O. Putz und zwar so eine Basis 17.9, 18.000. Gemütlicher, kleinerer Hebel, weiter weg. Und ich würde anfangen bei, sagen wir mal 16.9, zwischen 16.8 und 16.9 fange ich an. Und dann kaufe ich dann einen kleinen Teil, 100 Punkte drüber das Doppelte, 100 Punkte drüber nochmal das Doppelte. Und so weiter, so geht das hin. Und das würde ich machen bis 17.300. Würde ich definitiv jetzt, oder werde ich definitiv Putz kaufen, aber mit einer Basis, die weiter weg ist. So, und dann mache ich mal den MDAX. So.